Ich fahre, wer übernimmt die C4, die ich C4 fahre. Oh nein, eine ätzende Map. Ja, das kann man auf dem Ding nicht machen. Genauso wie, die ist genauso bescheuert wie, wie hast du nicht gesehen, Seidenstraße. Ich mach C4. Gut, ich fahre. So, dann, äh... Warte erst, bis ich, bis ich gespawnt bin und dann kannst du bei mir. Gibt's schon irgend so'n Wichser hier drauf? Ja, ich kann nicht. Nee, will ich nicht. Ich mach einen Moppet. Wo fahrt er hin? Warte. Wie sieht das Einsatzziel an? Äh... Okay. Aufsteigen, so und ab Marsch. Greif das Einsatzziel an! Auf ihn! Wo wir hinfahren? Ja, ich guck mal, äh... Delta, Echo und so in die Richtung. Nee, Echo, Echo. Gut, dass wir selber nicht hier extra gehen können. Hier, guck mal, da oben geht schon ein Krieg. Krieg! Schwingel, Automaten! So, da fährt sie Punktagenthausen. Meinst du, es ist so gut, hier Straßen zu fahren? Ja, noch ist die Map frisch, da kann man Straßen fahren. Ah! Ups! Was war das? Scheiß-Physik-Engine, echt! Was sagst du? Ja, ich weiß noch nicht. Äh... Okay. Ich kann über sonst was für Hügel springen, ohne dass eben mit dem scheiß Moped was passiert, aber... Ah, okay. Oh, da war Infantrie. Die wollen wir aber nicht. Nö, wollen wir nicht. Ach, Infantrie wollen wir nicht, wir wollen Fahrzeuge. Ich will nicht widerstehen. Ich so nicht. So, wir parken jetzt mal im Haus. Das war Absicht! Ist klar. Totale Absicht, hier hin zu fahren. Mach den Motor aus! Ach, der trifft uns hier doch nicht. Der weiß ja nicht mehr, wo wir sind. Siehste? Aber er sucht! Klar sucht er. Der findet uns nicht. Wenn jetzt eh der von uns ist Mord dabei, hätte. Steigt mal kurz aus! Ich würde schon gehen spornen. Hier spornen! Nein! Der spornt doch gleich! So, und jetzt macht den weg. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Mir egal, suche ihn. Hüpft! Jetzt ziehen wir den Feind von hinten. Hier, geradezu. Links, links, das ist die Flak. Die Flak nehmen wir uns. Die kommen von hinten mit Motorrad. Ja, oder bringt die Flak in die Base rein. Jo. Das ist geil. Für der links. Eli ist down. Da scheint ein feindlicher Panzer zu sein. Ah! Den einen habe ich nicht. Aber er ist ausgestiegen. Vorsicht. Mieeeen. 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 Irgendwann geht's, äh, Motor aus. Äh, Benzin aus. Leer. War hier was, Vakuum? Ja, hinter euch. Tatsächlich. Der Motorradjäger. Fahrt mal an mir vorbei, bitte. Wir haben da wirklich ihn am Arzt, ne? Ja, dann fahrt doch an mir vorbe- Ich komm doch schon. Ja, jetzt bin ich tot. Okay, dann nicht mehr. Ja, da können wir doch nichts für. Kann Biene nicht nach hinten schießen? Eigentlich schon. Biene könnte mit einem G rumrotzen. Ich hab ihm eigentlich, dass er so mein C4 fährt. Siehst du was? Ja, da ist noch ein D-Tank. Nee. Gucken wir mal, ob wir da vorne was finden. Bestimmt. Oh ja, da ist ein Tank. Da war ein Tank. Da vorne ist noch ein Tank. Konnt ihr es nicht anhalten, sorry. Hey, ich hab auch nur zwei Lebenspunkte, also fahr nur. Nein, ich bin tot. Ja, da hat doch ihn noch ordentlich drauf geholzt. Ich muss mal kurz pinkeln. Ich versuche abzuhauen. Ah, Vaku! Ja, alles gut, ich komm wieder runter. Ich muss bloß die Position nutzen, die er hat. Ich hab Sichtkontakt zu nem feindlichem Panzer. Arzt, ich kann das nicht tun. Dino, du kannst wieder, wenn du willst. Er ist im Muskel auf pinkern, hat sie gesagt, oder? Vaku, willst du denn nicht den Bomber kurz übernehmen? Bringt nix, ich hab Panzer-Klinien mit und so. Du bist da jetzt tot. Ja, ich steig jetzt bei euch ein, danke. Das heißt, brauche ich immer noch bei dir. Geh zu, Fox. Mach mal. Ich heiz sie immer noch doof in der Gegend rum, bis ich bin nicht, wie der da ist. Vielleicht krieg ich ja noch meinen letzten Worldkill, den ich brauche. Ne, bin tot. So, da bin ich wieder. Da ist sie wieder. Oh, wir hätten da zu viel abkriegen können. Wienchen, wo bist du? Ja, bei Fox. Hm, ist das ein Fox? Was ist der Welt? Da ist aber ein Motorrad. Ich bin erst bei Charlie. Mit dem Motorrad? Ja. Ach, scheiße, jetzt nimmt der mir das Motorrad gerade weg. Ich parke gerade mein Moped bei Charlie. Sehr gut, dann kommst du mir ja entgegen. Ja, gleich, wenn ich die Klage eingenommen habe. Auch nicht. Wurde dann doch beschossen. Oh, da fährt hinter dir was. Bin jetzt leider. Wo ist denn, du Bienchen? Ja, ja, ja. Ist der Typ noch da? Warte. Einfach nur hinten draufsetzen und auf den Mund schmeißen. Was anders brauchst du nicht. Scheiße. Okay, jetzt treffen wir uns wieder in der Base. Ey, da wo ich spawnen, das brauchst du auch. Ja, okay. Ist ja gerade da. Ja, ich kann nicht. Ja. Das war klar. Vorsicht. Was macht Holly? Ich fliege. Wuhu. Das ist gut. Oh, die Punkte holen wir uns mit. Der passt gerade. Mist. Ganz knapp. Da ist ein feinlicher Jet. Wien schmeißen. Ja, nee. Zu spät. Ne, 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 ne. Irgendwas feuert da auf uns. Schießt er wirklich auf uns? Links. Links von uns. War was. Ja, der hat wirklich auf uns geschossen. Ja. Schade. Ja, okay. Machen wir auf uns. Wir sind nicht so erfolgreich, wenn wir uns sind. Machen wir auf uns. Baku, redest du nicht mehr mit uns? Doch, warum? Bist du ruhig? Na, ich kann ja bienchen und so nicht. Au ja, wachen wir jetzt. Ich bin doch sicher. Wachen wir auf uns. Wachen wir auf uns. Wachen wir auf uns. Ja, ich hoffe ja, die Fluger werden neben uns stehen. Kann ich wissen. Und wo denn? Das ist doch die Luftabwehr, oder? Die AA? Ja, red mich mal bitte. Ich ziehe auf den Flügel. Ich libst aber nicht. Ja. Okay. Wir sind doch schon ganz. Ja. Geh die Flachrappen, wenn sie nicht abhauen wird, geh die Haut ab. Dann nicht. Sind wir hier eigentlich? Vor der Feindbase. Ah. Wacku hinter dir, Infanterie ist markiert. Na toll, ich nicht gekriegt hab das noch einer. Scheiße. Warum denn? Ob das denn er schafft, die... Naja egal. Ich bin ein Fliegerass. Mhm. Infanterie. Ja. Noch mehr Infanterie. Hinterher, mach ihm Platz. Ich seh ihn nicht mehr. Wo? Ach da unten. Der will mich kaputt machen. Da ist was auf meinem Panzer bin gefahren. Scheiße. Woher sollen wir das lösen? Ich hab mal abgechancen. Danke. Kannst weiter fliegen. Okay, zu spät. Ich werde nicht in der Baseball bringen. Danke. Wow. Minen. Nein! Da waren Panzerminen, oder? Mhm. Der schießt schon wieder irgendwas auf mich. BTR hinter mir. Wo ist denn hinter dir? Golf. Ich bin auf Echo unterwegs. Also beziehungsweise ich bin nicht weg. Da, gespottet. Plus Infanterie. Oh fuck it. Achtung, Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. In deiner Position ist ein feindlicher Panzerwagen. Heli ist da. Nein! Schade. Mach das gar nicht hoch. Wo? Naja, er hat mit 6% überlebend. Ganz andere, der Flak. Nein. Hat die schon noch Damage? Nee, noch nicht. Gar nichts. Schieß frisch. Gerade eben despawned. Die ist weg. Achtung, ein kleines Gerätschatz. Das ist super am Faust, das wird ein feindliches Gerät z stepfunkt. Das ist ein feindliches Gerät. Ich habe ein feindliches Gerät. Aufwand. Aufwand. Aufwand, aufhands podst. ethanol analyst, wie war es! Hier wird rumgeknipst. Boom. Und teilen cut mich. Oh, da knipsen sie ja wirklich. Ich glaube, ich muss noch die Knipse auspacken. Hm. Ich brauche Hilfe! Ich brauche mich. Ich brauche mich. Ich brauche mich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020